Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 470. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin, der Duke. Ja, servus, hallo. Und die Frau Patricia. Hallo. Ja, wir wollen diese Woche auch wieder über die Eintracht und über Fußball reden, aber natürlich starten wir hier rein mit ein bisschen Housekeeping und wollen Danke sagen für all die Unterstützung, die ihr uns hier Woche für Woche, Monat für Monat entgegenbringt. Und wir picken ja immer stellvertretend für die ganze Rasselbande da draußen eine Person oder ein bis zwei Personen raus und diese Woche geht der Dank stellvertretend für alle anderen an den Thomas. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und mithelfen wollt, dass wir hier noch weitere Folgen Woche für Woche produzieren können und vielleicht auch irgendwann über das Finale der Euroleague reden können, wer weiß. Dann findet ihr alle Informationen dazu unter eintracht-podcast.de slash support. Ja, und dann lasst uns doch direkt anfangen über den eben genannten Europapokal zu sprechen. Gestern Abend wunderbare Kulisse, die Eintracht spielt in Spanien vor einem gut gefüllten, vor gut gefüllten Rängen mit rund drei, viertausend Eintracht-Fans. Und es war wie in einer vergangenen Welt, die man seit Jahren nicht erlebt hat. Also ich war reichlich emotionalisiert, sagt man, glaube ich, zu Hause auf der heimischen Couch. Wie war es denn so bei euch, Marvin? Also krass. Also ich muss echt sagen, ich habe ja auch so ein bisschen verfolgt, was Basti uns auch so ein bisschen in Gruppe geschickt hat oder was auch so gepostet wurde bei Social Media, bei den Leuten, die halt vor Ort sahen. Und das war schon ganz cool, weil ich war natürlich ein bisschen traurig, dass ich nicht dort sein konnte, dass ich nicht irgendwie daran teilnehmen konnte. Ich musste halt die ganze Zeit arbeiten und außerdem brauchst du ja auch jemanden, der irgendwie abends und nachts bei Fußball 2000 da nochmal den Knopf drückt, damit dann die Reaktion online geht. Also insofern habe ich es diesmal leider nicht geschafft. Aber was die anderen, die Kolleginnen und Kollegen, was unsere Fans, die Eintracht-Fans da erlebt haben, ist, glaube ich, herausragend. Und allein dieser Lauf dann wieder zum Stadion, dann in diesem Stadion selbst, was ja noch nicht mal ausverkauft war, aber eine coole Atmosphäre in diesem schönen Rund, die Bilder, die ich von vielen Leuten gesehen habe. Also da hat es echt gekribbelt und ehrlich gesagt ist das einfach richtiger Fußball. Patricia Dennis, wie ging es euch? Ja, mir geht es ähnlich. Also ich war richtig neidisch, ehrlich gesagt, auf alle, die vor Ort sein konnten. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt explizit bei dem Spiel so krass war, aber ich glaube halt auch dieses Gesamtbild einfach, dass das Stadion einigermaßen gut gefüllt war, die Stimmung gut war. Dazu noch irgendwie das Wetter, das sah halt so schön aus, das sah warm aus und man hat sich gedacht, oh ja, da wäre ich jetzt auch gern. Einfach insgesamt alles irgendwie schön und dann halt noch das Spiel an sich. Also war halt auch ein richtig gutes Fußballspiel, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich halt so gerne auch live gesehen. Ja. Also ja, also mich hat es da auch schon, ja, zu Hause so ein bisschen, also einerseits hat es mich gefreut für alle, andererseits habe ich mir gedacht, scheiße, du wärst da jetzt auch gern. Ja, der Neid war groß auf jeden Fall. Dann sowas mal wieder zu erleben und dann passt das so wunderbar in diese Kulisse, ihr habt es gerade sehr schön beschrieben, Wetter hat gestimmt, die Stimmung, gute Vibes vom Wochenende mitgenommen, also auch nicht chancenlos dahin gefahren oder zumindest mit, ja, Europa liegt uns ja sowieso immer ganz gut. Gut, dementsprechend, das war einfach eine geniale Sache. Ich muss sagen, es hat mir sogar richtig Spaß gemacht, am Fernsehen nochmal dieser, es war doch nochmal was anderes, ihr sagt es. Es ist, klar wäre ich gerne da gewesen, aber selbst beim Fernsehschauen hat es mir mehr Spaß gemacht. Das war irgendwie, man hat sich an die Zeiten, man hat die Lieder ja auch gehört übers Fernsehen, also war schon eine tolle Sache. Ich war sehr, sehr emotional und sehr, sehr erfreut, dass wir hoffentlich irgendwann mal wieder das häufiger erleben, auch hier. René, wie war es denn bei dir? Ja, einfach super. Ich glaube, was auch noch zusätzlich dazu beiträgt, ist zum einen, dass es natürlich ein Entscheidungsspiel, also ein K.O.-Rundenspiel ist, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Also wenn du weißt, da kommen jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, 20 Spieltage hinten dran. Der Gegner war natürlich auch reizvoll, wir hatten ja in der letzten Woche drüber gesprochen, Betis ist natürlich jetzt auch nicht ohne Grund da, wo sie in der spanischen Liga stehen. Und du hast aber auch von der Aufstellung her gemerkt, dass man durchaus halt auch Lust hat, da was mitzunehmen. Es war jetzt nicht so, wo wir ja auch, oder ja auch in den Tagen vor dem Spiel so ein bisschen die Überlegung immer wieder auf Social Media und auftauchte, wie man in die Aufstellung geht, ob man vielleicht eher ein bisschen defensiver da reingeht oder wie auch immer. Aber nee, gleiche Aufstellung wie gegen Hertha, erneut Kostic, Knauf als Flügelzange. Also man hatte halt auch das Gefühl, okay, die Mannschaft will da halt auch was mitnehmen. Das motiviert einen natürlich dann auch nochmal ganz anders, in dieses Spiel reinzugehen. Also das fand ich schon, war so rundherum gelungen. Und spätestens dann, wenn man in der Vorberichterstattung Peter Fischer am Mikrofon gehört hat oder gesehen hat, dann war ja sowieso alles dabei. Also das war ja, huiuiui, der war ja Feuer und Flamme hoch 200. Tatsächlich habe ich wieder pünktlich zum Spiel eingeschaltet und mir die Vorberichterstattung nicht gegeben. Kann mir aber vorstellen, dass der gute Peter da auf jeden Fall euphorisiert hat. Aber sowas von. Ja, aber du hast eben angesprochen, ich glaube, darauf müssen wir ja mal zu sprechen kommen, wie gut auch die Aufstellung war. Denn es war ja schon so, dass man gedacht hat, ja, könnte man vielleicht gegen Sevilla ein bisschen negativer, äh, nicht negativer, ein bisschen defensiver aufstellen. Ja, und das war aber nicht der Fall. Man hat gesagt, okay, wir vertrauen der Elf, die auch schon in Berlin das sehr gut gemeistert haben, mit einem herausragenden 4 zu 1 gegen vielleicht wirklich sehr schwache Berliner. Aber man hat ja auch gesehen, dass die Offensivbewegung auch gegen Betis Sevilla gleich gut funktioniert hat. Und das sind für mich Momente, wo ich sage, das gefällt mir ganz gut. Ja, also definitiv. Wir haben wieder sehr viele Angriffe auch über die rechte Seite gefahren. Du hast von Anfang an gemerkt, die komplette Mannschaft war auf dem Feld richtig motiviert, hat früh versucht, den Gegner anzulaufen, immer wieder unter Druck zu setzen, Fehler zu erzwingen, ähm, schnelle Umschaltaktionen, direkt in die Offensive gehen. Also da hast du halt richtig gemerkt, man will da nicht irgendwie abwarten, sondern man will von Anfang an möglichst in Führung gehen, um dann, äh, da auch ein Zeichen zu setzen. Was ja auch in der 14. Minute dann ja wunderbar funktioniert hat mit diesem, naja, laut Pressekonferenz danach war es eine, ein gewollter Torschuss und keine, äh, leicht verzogene Flanke. Wie war denn so euer Eindruck im ersten Moment, als Kostic das Ding da gegen den Innenpfosten und dann rein, äh, gesenkt hat? Ja, Dennis. Äh, ja, okay, also ich, im ersten Eindruck habe ich gedacht, okay, ähm, es war ein bisschen eine Bogenlampe und schön hinter den Torwart reingefallen. Man hat aber, ich habe es auch in der Wiederholung nochmal geschaut gehabt, es wirkt in manchen Bildern, auch gerade diese arrogante, äh, Situation, Kostic, wie wir ihn lieben, äh, ja, schaut es euch an, und das habe ich, äh, hier locker mal jetzt einen reingehoben und, äh, das ist schon, also, wenn er es wirklich wollte, ist das natürlich umso geiler. Am Ende ist es egal, es war ein Genialer, auch der Ball wäre schön auf den zweiten, äh, Pfosten, äh, gekommen. Also, ich muss sagen, da waren wir auch ganz gut besetzt, genau. Ähm, also, ich denke, das war perfekt und, äh, ich gönne Skostic natürlich auch, dass er da so ein super Erfolgserlebnis hat. und am Ende, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, wie es wirklich ist. Ja, aber es sah schon relativ gewollt aus. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt komplett random ist. Ich weiß es nicht genau, das wird nur er wissen, aber er hat halt trotzdem unbestritten, so oder so, die Qualität, genau sowas dann auch zu verwandeln. Und es ist ja, ich meine, da steht ja ein guter Torhüter drin, ne? Also, Claudio Bravo, der ja dann später, kurze Zeit später nochmal seine Größe bewiesen hat, natürlich auch gegen, ja, ernst, nicht, kaum ernst zu nehmenden Elfmeter, das war halt leider nichts. Aber man muss halt schon sagen, wie, äh, das ein Kostic gemacht hat, das war herausragend, der sowieso auch endlich besser, besser, besser wird. Mhm. Ganz wichtig zu sehen, dass er da, äh, jetzt langsam den Motor wieder anmacht und, ähm, Kostic gut, ich finde, ja, also, wir müssen über diese, wir müssen auch jetzt über, äh, viele Punkte sprechen. Beispielsweise kann ich auch nicht, äh, sagen, wie unfassbar gut, oder ich kann es nicht anders ausdrücken, also, wie unfassbar gut beispielsweise auch an Lindström wieder gespielt hat, ja, der für mich wieder sehr präsent war, der sehr viel gemacht hat und, ehrlich gesagt, unsere beiden defensiven Mittelfeldspieler, auch Jakic, aber insbesondere Jibril Sow, der hier unfassbar geglänzt hat. Der hat ein, zwei kleine Fehler drin gehabt, also, niemand ist perfekt, aber wie oft er den Ball interceptet hat, wie oft er in den richtigen Situationen den Ball weggeschnappt hat und dann seinerseits Offensivaktionen angeleitet hat. Das ist eigentlich ein ganz anderes Level als den Sow, den wir vom Anfang kannten. Das ist nochmal eine Weiterentwicklung, da schnallt sich mit der Zunge. Und du darfst natürlich auch gerade, wenn du über Sow sprichst, nicht vergessen, der hat in der 25. Minute diese gelbe Karte gesehen, wo ich immer noch der Meinung bin, dass man da nicht unbedingt gelb geben muss, aber anyways, und er hatte halt danach auch konsequent immer ein bis zwei Betis-Spieler, die versucht haben, ihn so ein bisschen zu entnerven, in einen unglücklichen Zweikampf zu zwingen, in der Hoffnung, dass er halt irgendwie gelb-rot sieht. Und ich fand, er hat sich nahezu überhaupt nicht darauf eingelassen. Also, er hat das immer wahnsinnig clever auch gelöst. Sehr gute Beobachtung von dir. Es ist wirklich, das muss man sagen, mit welcher Größe und mit welcher Ruhe er das dann auch gelöst hat, das ist nicht selbstverständlich. Andere würden sich da viel eher dann auch ärgern, viel eher reingehen. Das hat er gar nicht nötig gehabt. Ja, also extrem gut war er für mich einer mit der wichtigsten Spieler auf dem Feld, definitiv. Hat ja auch, doch er hat auch den Ball auf Kostic gespielt. Fürs 2-1. Achso, auf Kostic. Also, auf jeden Fall, diese Balleroberung vom 2-1 hat er auf jeden Fall ja auch erzwungen. Da war er auch, genau. Genau. Also, man merkt, Marvin, da hast du was sehr Wichtiges angesprochen. Diese, der Wille und dieses, auch schon in der ersten, diese Verlagerung ein bisschen offensiver, das Angriffswesen funktioniert einfach aktuell in dieser Ausstellung mit Knauf auf der rechten Seite doch wieder besser. Ich finde auch, dass generell, wir haben das ja lange gefordert auch, warum wird nicht versucht, diese, ja, doch wieder etwas früher anzulaufen. Dieses Erzwingen der Ballverluste der Gegner, was gegen die Hertha ja schon gut geklappt hat. Obwohl, ja, muss man ein bisschen sagen, die Hertha hatten natürlich wirklich da auch eher wieder einen Rabenschwarzen Tag. Aber gegen Bittis ähnlich. Natürlich haben die die Qualität, dann auch mal so einen Ball dann rauszuspielen. Die Konter waren ja nicht alle ungefährlich. Ich erinnere noch an eine Szene, Endika, wo er zurückgekommen ist und hat gerade noch so vom, ja, einnetzenden Spieler geklärt. Das ist natürlich auch eine super wichtige Sache, dass unsere Abwehr wieder funktioniert. Hinti hat auch solide gespielt, die Formtiefs hoffentlich überwunden. Und ja, da merkt man schon, wenn diese Kombination passt, das heißt, frühes Anlaufen selbst, klar, wäre schön gewesen, wenn wir als das ein oder andere Tor vorne mehr gemacht hätten, der Elfmeter oder sonst irgendwas noch drin gewesen wäre. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Chancen, die Bittis dann hatte, waren nicht so viele. Und ja, auch sehr viele Halbchancen, sehr früh von unserer Abwehr oder den sogar schon eigentlich von der vorherigen Kette gestört, schwierig gemacht und da mit dem Gegner eigentlich gar nicht so viele Chancen gelassen. Deshalb, es hat mir wirklich gut gefallen. Ich sehe hier auch eine gute Entwicklung. Und wenn du es schaffst in so einem Spiel, das ist eigentlich ja das, Betis und Hertha kannst du eigentlich als Mannschaften gar nicht vergleichen. Trotzdem habe ich eine ähnliche Spielkultur bei der Eintracht gesehen. Gleiche Aufstellung, wir haben schon drüber gesprochen. Also gefällt mir wirklich gut. Und ja, wäre schön, wenn wir das so auch noch öfter sehen. Und der Spiel, das ist ja auch kein unattraktiver Fußball, den wir spielen. Ist ja kein zerstörerischer Fußball. Und das gefällt mir natürlich eh immer am besten. Ja, ist viel, viel Richtiges drin. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, der Euroleague-Kamada ist wieder da. Wir haben ihn lange herbeigerufen und er war wieder da. Er hat Tore gemacht. Er hat auch versucht, Tore vorzubereiten, die nicht immer funktioniert haben dann oder nicht nachher zu einem Tor geworden sind. Ich erinnere mich da ja noch an die Hacken-Vorlage, die er dann da auf, ich glaube, Burewas zurückgelegt hatte, die dann leider an Claudio Bravo gescheitert ist. Aber Euroleague-Kamada in the house war auf jeden Fall auch extrem wichtig im Spiel, fand ich. Ja, richtig gut. Ich finde, man merkt das sofort, wenn Kamada auch so in Form ist, was er einem Spiel geben kann. Also das haben wir ja auch immer wieder gesagt. Wenn er das abruft, was er kann, belebt es das Offensivspiel der Eintracht so krass. Und ja, ich finde, man hat es gegen Betis gesehen. Aber ich finde auch schon, gegen Hertha war er ja auch irgendwie schon besser als die letzten Wochen. Also es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass bei ihm so die Kurve auch wieder hochgeht. Zusammen mit Kostic, der ja auch wieder kommt. Also das ist schon echt sehr, sehr schön zu sehen. Und ja, Euroleague liegt ihm einfach. Also ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht ist es wirklich diese große europäische Bühne, dass er da irgendwie im Kopf freier ist. Oder irgendwie denkt, ja, das ist es jetzt. Da will ich mich zeigen. Keine Ahnung. Aber da glänzt er halt irgendwie wirklich immer. Ja, weiß ich nicht, ob es daran liegt. Aber umso besser für uns, wenn er da jetzt auch eher in so einem leichten Aufwärtstrend ist. Mega. Ja, definitiv. Also das ist einer der Punkte, wenn dann alles funktioniert, dann ist er halt auch immens wichtig. Und ich glaube, wir sehen immer wieder, was wir an ihm haben, wenn es gut läuft. Jetzt muss er es halt regelmäßiger wieder abrufen. Vielleicht kommt er jetzt dadurch wieder zurück. Es geht auch bei ihm tendenziell um neue Verträge. Wir haben gesehen, dass das gut laufen kann. Ich bin eigentlich grundsätzlich zufrieden. Und klar, wir müssen mal gleich auch auf vielleicht ein kleines Problemkind kommen. Aber das können wir gleich nochmal besprechen. Ich muss auch sagen, die Defensive dafür, dass Sevilla ja keine schlechten Spiele hat. Juanmi hat kaum einen Stich gesehen, der ja auch einer der Top-Torjäger aktuell dort ist. Milian José ist besser mitgelaufen. Also da muss ich sagen, hat vieles nicht funktioniert von dem, wie sie sich vorgestellt haben. Wenn die Eintracht im Rückspiel eine ähnliche Leistung abrufen kann, dann sieht es auch echt gut aus. Das müssen wir mal abwarten. Aber an sich ein sehr, sehr runder Abend von einer durchweg auch guten Defensive. Dieke hat, glaube ich, einen Wackeler drin gehabt. Tutor hat ein echt starkes Spiel gehabt. Der ist mega. Ja, also das ist alles nicht so selbstverständlich. Hinteregger auch solide. Also ich glaube, die Eintracht hat insgesamt sehr, sehr gut performt. Absolut well-rounded. Und jetzt stellt sich die Frage, kann man das irgendwie über die nächsten Wochen eigentlich treiben? Bevor wir dann auch Richtung Bundesliga kommen. Wie kritisch seht ihr denn das Thema, dass wir am Ende nur 2-1 gewonnen haben? Du hattest den Elfmeter ja gerade eben schon angesprochen, der auch nicht wirklich gut geschossen war. Zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich Claudio Bravo auch so ein bisschen vielleicht auch ins Zweifeln kam und auch viele Pfiffe ja von den Rängen kamen. Hätte man das wahrscheinlich mehr ausnutzen können. Wir hatten auch gerade in der Schlussphase, wo das Spiel ja doch sehr offen gestaltet war, sehr viele, aus meiner Sicht wirklich hundertprozentige Chancen, die wir nicht gemacht haben. Wenn wir da jetzt mit einem 3-1, 4-1 am Ende rausgegangen wären, wäre das natürlich auch im Rückspiel komplett anders da gewesen. Auswärts-Torregel haben wir nicht mehr. Also wie schätzt ihr das ein? Ist das jetzt so ein kritisches Ding? Oder sagt ihr, naja gut, komm, jetzt haben wir es soweit geschafft, das ist jetzt auch kein großes Thema mehr. Ich tue mich da gerade so ein bisschen schwer. Marvin. Also ich würde, ja gut, wenn du mich ansprichst, dann sage ich dir, dass ich das natürlich schade und traurig finde, dass halt Raphael Borey halt die Dinger nicht gemacht hat und du hast es ja angesprochen, das waren ja dann nach dem Elfmeter auch noch 2-3 wirklich große Chancen, die er da nicht veredeln konnte. Wir haben mit Kostic auch noch ein bis zwei Chancen gehabt, die man hätte zum 3-1 verwandeln können. Natürlich bin ich darüber traurig, weil natürlich mit einem 3-1, 4-1 da rauszugehen, hätte den Sack schon ein bisschen zugemacht. So ist es halt nicht der Fall. Wir dürfen nicht vergenachlässigen. Es gibt die Auswärts-Torregel nicht mehr. Das kann uns im Rückspiel zum Vorteil werden. Ist uns jetzt aber erstmal ein Dorn im Auge, ja. Das ist problematisch. Aber ich sage mal so, wir wussten alle, dass Raphael Borey nicht derjenige ist, der unfassbar toller Scorer ist. Er ist wichtig für die Mannschaft, der hat sich gut schon reingespielt in dieser ganzen Saison. Aber sowas passiert halt mal. Und wir haben uns im Winter auch dazu entschlossen, beziehungsweise die Eintracht hat sich entschlossen, halt da in der Sturmposition nicht nochmal nachzubessern. Und dann leben wir halt jetzt damit. Weißt du, das hört sich jetzt blöd an. Aber wir müssen einfach damit leben, dass er da spielt. Und er macht es ansonsten auch echt gut. Also ich sage, das hört sich jetzt blöd an, aber ich will ihn da jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Natürlich ein blödes Spiel gemacht, viel Pech gehabt. Aber da geht es jetzt weiter. Immer weiter. Ich glaube, gerade aktuell wächst in der Mannschaft was zusammen, wo ich das Gefühl habe, die lassen wir das doch mal zusammenwachsen. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen da jetzt einfach mal weitergehen. und wir haben trotzdem 2-1 gewonnen. Und dann macht Borel wieder ein absurdes Tor, von dem wir nicht rechnen, dass er es macht. Ich glaube, da ist es aktuell wichtig, gar nicht draufhauen. Wir haben trotzdem 2-1 gewonnen. Er wird sich da selber am meisten kritisieren. Aber es ist ja, ich sage mal, in Anführungsstrichen nochmal gut gegangen. Ja, ich glaube, es ist richtig, was du sagst, dass das einfach nicht sein Spiel war. Das weiß er selbst. Da muss man jetzt nicht irgendwie groß draufhauen. Man hat ja auch gesehen, gegen Hertha, der Treffer von ihm, war richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Deswegen, da werden auch noch Tore kommen. Natürlich ist es aber ärgerlich, dass es dann nur 2-1 ausgeht. Im Vorfeld des Spiels hätte mir jemand gesagt, bitte Sevilla, Eintracht gewinnt auswärts 2-1, nimmst du es. Natürlich hätte ich es genommen. Wer hätte das nicht genommen? Deswegen will ich mich da jetzt gar nicht zu krass reinsteigern. Aber ja, letztendlich macht es mir so, ich will mich nicht zu sehr irgendwie drüber aufregen. Ehrlich gesagt, es gibt auch, glaube ich, keinen Grund, sich aufzuregen. Es ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, so würde ich es formulieren, dass das halt nicht höher ausgefallen ist. Man hatte die Möglichkeiten, da eine komfortablere Situation zu schaffen. Das hat nicht geklappt, ist aber auch kein Drama. Es ist halt nur so die kleine Sorge, es gibt noch ein Rückspiel. Und Sevilla ist halt, also Betes Sevilla ist keine Graupenmannschaft. Also das wird noch mal ein enges Rückspiel. Und die haben halt zum Beispiel einen Fekir. Ich finde, das ist so ein krasser Kicker. Der ist halt auch immer mal für irgendeine Solo-Aktion gut. Der kann dir auch einfach so, das hat man ja auch schon beim 1-1 gesehen. Das war auch ein Tor, wo ich mir gedacht habe, ja, das fällt halt. Also wenn du so einen Spieler von der Qualität da im Kader hast, muss halt damit rechnen, dass sowas passiert. Von daher, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen und Gedanken drum, natürlich. Aber alles in allem ist es, glaube ich, trotzdem vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, mit dem 2-1 ins Rückspiel gehen. Alles gut. Muss man das aber nicht generell alles ein bisschen getrennt betrachten? Weil prinzipiell, ich ärgere mich total, dass wir da den Sack nicht zugemacht haben. Man kann im Endeffekt Boré, aber an der Stelle finde ich gar nicht so den Vorwurf machen. Weil klar, er hat die Chancen und er macht sie nicht. Aber er war fleißig, er hat sich nach diesen ganzen Tiefschlägen mit verschossener Elfmeter, verschossener Torchance dort, dort, dort immer wieder in super Positionen gebracht. Dieser Laufweg auch am Ende, wo Kamada dies mit der Hacke zurückspielt. Da musst du dich auch erst mal als Stürmer wieder so positionieren. Die kommen ja alle aus einem, ja ich sag mal, der hat jetzt auch schon eine ewig lange Saison und kriegt es trotzdem noch hin, den Körper doch noch so 110 Prozent rauszuholen. Dass er da nicht trifft, das kotzt mich auch total an. Ist aber für mich trotzdem auch die Hoffnung, dass wenn er da weiter so macht und weiter so fleißig ist, dass dann auch irgendwann ein bisschen, dann geht auch mal wieder einer von den Bällen rein. Und das ist auch die Hoffnung fürs Rückspiel. Wenn wir wieder so auflaufen wie jetzt, klar, war vielleicht auch Betis ein bisschen überrumpelt durch dieses sehr Offensive mit Knauf, Kostic, wie auch immer. Wir haben ja sehr variabel auch gespielt. Man muss ja wirklich sagen, diese Variabilität hatten wir ja lange nicht. Lief es dann entweder über links oder über die Mitte. Und das sind alles Punkte, wo wir jetzt sehr viele Möglichkeiten haben. Und immerhin haben wir ja zwei Tore auch gemacht. Und Kamada und Kostic heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, dass Boré die Tore macht. Aber ich bin mir eigentlich überzeugt davon, dass wenn das weiterhin so ist, denn es ist ein sehr fleißiger Spieler, es ist ein sehr lauffreudiger Spieler, der sehr viel investiert. Und deshalb muss ich ihn da auch in Schutz nehmen. Marvin, da bin ich voll bei dir. Dieses Draufgehaue, was ich ja die letzten Stunden gelesen habe, so ungefähr, das ist ja schon übel. Also, er bringt uns sehr viel mit rein. Die Tore macht er halt nicht. Und dementsprechend müssen wir da vielleicht ein bisschen gucken. Sollte halt jemand wie ein Lindström oder sonst wäre man einen Abschluss eher suchen oder Kamada, naja, muss man halt immer schauen, wie es dann ist. Aber das ist im Großen und Ganzen, finde ich, muss man es ein bisschen getrennt sehen. Ich ärgere mich total, dass das nicht geklappt hat und dass wir da die Punkte oder die Tore nicht gemacht haben. Auf der anderen Seite, Boré selbst kann ich gar nicht so den Vorwurf machen. Klar, er hat die Chancen nicht gemacht, aber hat sehr, sehr viel investiert. Und das macht mir Hoffnung auch für die nächsten Spiele, auch in der Bundesliga. Da war ein sehr wichtiger Punkt für mich drin, nämlich, was du gesagt hast, dass er ja einfach schon sehr, sehr viele Spiele jetzt hat. Das haben wir ja auch vor ein paar Wochen nochmal erwähnt, dass er ja eigentlich seitdem eher bei der Eintracht ist, wo er aus einer Sommerpause gekommen ist, wo er ja auch bis zur letzten Minute mit der Nationalmannschaft unterwegs war. quasi, wenn er nicht im Liga-Pokal-Europa-Pokal-Wettbewerb gespielt hat, in Länderspielpausen immer mit der Nationalmannschaft irgendwo in Südamerika oder sonst irgendwas unterwegs war. Also der ist ja quasi nur am Reisen, Fußballspielen trainieren. Da war ja null Erholungspause mal drin und die Winterpause war ja auch mit einer Woche, kannst du dir ja nicht wirklich rechnen. Und wie Marvin auch zu Recht gesagt hat, dass er nicht der Spieler ist, der uns irgendwie 20 Tore in der Saison beschert, das war von Anfang an klar und das hat er selbst auch immer gesagt. Und trotzdem hängt er sich in jedem Spiel wahnsinnig für die Mannschaft rein, läuft viel, bereitet Räume vor, ist auch immer wieder anspielbar, versucht auch viel. Also das ist auch einfach ein ganz großer Mehrwert und den sollte man auch an der Stelle nicht zu kurz sehen. Nee, deswegen. Also ich glaube, wir können das ja hier festhalten. Wir erkennen natürlich die Sachen, die halt nicht optimal gelaufen sind und es wäre uns total schön für alle gewesen, wenn es möglich gewesen wäre, dass Boree mit den Elfmeter reingemacht hätte oder die Chancen danach. Andererseits, Kostic hatte auch noch Möglichkeiten. Gut, dass auch Kostic sich nicht überhaupt erst wieder erspielt. Das heißt, er kommt schon wieder anders in den Flow. Jetzt müssen wir aber sehr, sehr konzentriert in dieses Rückspiel gehen, was am Donnerstag stattfindet in Frankfurt. Vor Stand jetzt nur 25.000 Zuschauern. Ich hoffe da auch noch auf kurzfristige Änderungen. Es wäre sehr, sehr schön, dass wir vielleicht auch dort mit einer vollen Kapelle irgendwie spielen könnten. Und dann haben wir alle Möglichkeiten einzuziehen. Aber es heißt ganz klar, die Eintracht muss sehr wach sein, sehr wach und sehr genau aufpassen. Denn, Patrizia hat es richtig erwähnt, so Leute wie Fekir, die hauen das Ding mal schnell rein. Wie schnell stand das 1-1? Und auch in Juanmi wird nicht die ganze Zeit so einen eher mäßigen Tag haben. Tello, der dann reinkam, war auch nicht so präsent, wie man sich das normalerweise erhoffen könnte. Da gibt es einige Spieler und man darf nicht vernachlässigen. Die Außenspieler sind ja tatsächlich noch verletzt und haben jetzt gefehlt. Ich bin nicht sicher, wie lange das noch der Fall sein wird. Vielleicht haben wir Glück, es passiert am Donnerstag noch. Aber da muss die Eintracht sehr, sehr konzentriert sein. Trotzdem war das jetzt mal ein kleines Festival für die geschundene Fernseele mit allem, was dazugehörte. Ja. Und das Festival, und damit können wir vielleicht erst mal Richtung Bundesliga überleiten. Das Festival hat ja am Wochenende schon angefangen mit dem Spiel gegen die Hertha in Berlin. Auswärtsspiele sind ja sowieso so ein bisschen unser Benefit in dieser Saison. Wir haben ja deutlich mehr Punkte bei Auswärtsspielen geholt. Am Ende gewinnt die Eintracht gegen eine, Dennis hat das vorhin schon gesagt, eigentlich sehr desolat agierende Hertha mit 4 zu 1. Auch hier wieder mit dieser offensiv ausgerichteten Aufstellung, wie wir es schon angesprochen haben. Und ich glaube, wir hatten im Spiel sogar mehr Angriffe am Ende über die rechte Seite als über die linke Seite. Und besonders gefreut hat es mich natürlich, dass ausgerechnet Knauf dann auch derjenige ist, der nicht nur die Chance in der Startelf bekommt, sondern dann gleich noch mit diesem Kopfball ins lange Eck den Torreigen eröffnet hat. Das war, wie ich fand, sehr, sehr gut und hat mich sehr für ihn gefreut. Wie fandet ihr denn das Spiel so rückblickend? Also du warst bei mir eben die ganze Zeit weg, René, dementsprechend. Ich rede hier seit fünf Minuten und keiner hört mich. Bei mir war es nämlich auch weg, deswegen habe ich gerade gefragt, ob es an mir lag. Bei mir war es so auch weg. Aber ich glaube, die Frage, wie das Spiel gegen Hertha war, dass Patrizia, hast du ja auch ganz genau verfolgt, schätze ich mal, mit deinem Freund zusammen, der den unterschiedlichen Blickwinkel hat. Ach stimmt, stimmt. Du lebst ja in so einem fußballgetrennten Haushalt. Wie groß war denn die Schadenfreude und wie groß war der Ärger auf der anderen Seite der Couch? Ehrlich gesagt gar nicht so groß. Ich glaube, der ist wirklich innerlich nur noch tot. Also wirklich gerade. Er verfolgt es auch nur noch so. Ich glaube, er verfolgt es wirklich. Also er kriegt schon mit, was passiert. Und ab und zu schaut er auch mal so hin. Das Spiel, ich glaube, das war noch so das Spiel, was er jetzt am krassesten verfolgt hat. Die anderen Spiele vorher waren immer so, ach ja, guckst du mal die ersten paar Minuten. Ah ja, immer noch, same old shit. So, gut, weiter geht's. Also da ist wirklich die Stimmung komplett am Grund angekommen. Nicht nur wegen des fußballerischen Auftritts, auch alles drumherum in dem Verein. Da implodiert es ja gerade komplett. Also ist gerade nicht so schön. Von daher, glaube ich, war das Ärgernis gar nicht so groß. Ich glaube, er hat schon mit sowas gerechnet. Ich habe mich halt sehr gefreut, weil die Eintracht das zumindest nutzen konnte und nicht den Aufbaugegner gespielt hat. Das war mir sehr wichtig, weil es schreit ja quasi nach, die Eintracht holt da wieder irgendwie jemanden zurück ins Game. Und das ist halt diesmal nicht passiert. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, ja, dass das so gut funktioniert hat. Von daher hat es Spaß gemacht tatsächlich, das Spiel zu sehen. Auch wenn man es natürlich nicht zu hoch hängen darf. Man hat ja gesehen, der Gegner war halt wirklich nicht gut. Und ja, von daher will ich es jetzt nicht überbewerten, aber freue mich trotzdem über die positiven Ansätze, die man da gesehen hat. Also das Spielerische der Eintracht hat gestimmt, die Herangehensweise mit der Aufstellung, die da ausprobiert wurde. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass das dann mit Knauf auf rechts auch von Anfang an ausprobiert wurde, wie wir uns erst gewünscht hatten, dass das gegen Hertha passieren wird. Ja, von daher hat mir das wirklich Spaß gemacht beim Zusehen. Und wenn man dann noch vier Tore bekommt, es ist ja alles gut. Also mir hat es Spaß gemacht. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das wichtig war für die Köpfe der Spieler. Also man hat schon gemerkt, wie so ein Postmatch-Interview sie sich gegeben haben. Und dann auch der Auftritt in Sevilla jetzt. Also ich glaube, das hat schon irgendwie zumindest so ein bisschen für Aufwind gesorgt. Und das ist ja eigentlich alles, was man sich aus so einem Spiel erhofft dann. Exakt, das ist es. Wir haben gesehen, wie geil es ist, dass mittlerweile eine Option für rechts auch durchaus valide ist. Ich finde auch Knauf hat im Spiel gegen Betis wieder gute Akzente gehabt. Er war vielleicht nicht ganz so auffällig, aber auch sehr, sehr bemüht. Er ist eine Option. Die rechte Seite wird endlich bespielt. Wir haben auf der linken Seite auch einen wiedererstarkten Kostic. Wir haben gesehen, dass plötzlich alles mal funktionieren kann. Was absurd genug ist, dass dann auch mal Leute treffen, die sonst nie treffen. Also ich meine, dass ein Lindström ein absurdes Tor macht. Dass wir generell auch, dass auch die Innenverteidigung auch wieder sehr stabil war. Also das gefällt mir. Ich bin sehr, sehr angetan gewesen von diesem Spiel. Natürlich, Patrizia hat es vollkommen richtig gesagt. Ja, was war das für ein Gegner? Aber ehrlich gesagt, auch solche Gegner musst du einfach mal besiegen. Und ich nehme jetzt alles, was kommt, um irgendwie ein bisschen aufheurotisierter zu sein und zu sagen, geil, das geht gerade in die richtige Richtung. Und jeder, der sagt, okay, gegen die Hertha-Opferlamm-Mannschaft musst du gewinnen, ja, aber dann sage ich ja, aber gewinn auch erst mal gegen Betis. Und das ist halt genau der Punkt. Die Eintracht hat das bestätigt. Und ich bin sehr einfach, ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich habe gesehen, dass die Eintracht nicht nur mit Tuta, nicht nur mit Lindström, nicht nur mit einem, auch Borede auch getroffen hat und einem Knauf alles sehr gute Spiele gemacht haben. Ich muss auch sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, dass die Eintracht extrem schnell wieder zurückgekehrt ist. Ja, ich habe nämlich gedacht, ich habe dann so eingeschaltet und gesagt, nein, jetzt macht dieser Davy Selke das 3-1. Ja, ausgerechnet der, wo wir ja in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen haben, gesagt haben, also wenn einer da irgendwie ein Tor schießt, dann ist er ja prädestiniert dafür. Und dann macht dann aber die Eintracht halt einfach zwei Minuten später das 4-1. Das ist natürlich schon geil. Davy Selke. Das war ein Statement. Das war so gut. Also der Selke hat fast zwei Minuten lang durchgejubelt gefühlt. Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, nachdem er da irgendwie diesen 200-Meter-Sprint durchs Stadion angesetzt hat, wo man sich auch denkt, ey, das war jetzt der 1-3-Anstoßtreffer. Was, warum du jubelst, als wenn du hier gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hast. Was soll denn der Scheiß jetzt bitte? Das kam tatsächlich nicht besonders gut an bei der Hertha-Fanbase, hatte ich das Gefühl. Also zumindest nicht bei mir auf der Couch. Und mir wurde auch gesagt, ja, der bekommt gerade so ein bisschen Hate dafür ab, dass er da so extrem durchdreht, weil es halt das 3-1 war in einem Spiel, wo man sich extrem vorführen lassen hat. Also kam nicht so gut an. Ich sag mal ganz ehrlich, auch in der Situation, du bist da irgendwie in der, was war es, 61, 62. Minute, du hast noch ein bisschen Spielzeit, dann lauf doch ins Tor, hol den Ball, renn zur Mittellinie, knall das Ding dahin. Das ist doch ein viel besseres Statement, als sich da phonetisch feiern zu lassen. Also... Wird wahrscheinlich so ein persönliches Ding gewesen sein. Er bekommt ja auch nicht so viel Spielzeit, dann wird er eingewechselt, macht ein Tor, freut sich, hier, wir sind noch da. Kam letztendlich halt nicht so gut rüber. Umso wichtiger, wie Marvin gesagt hat, dann den Anschlusstreffer von Boree, zwei Minuten später, der halt dann einfach nur hier sich auf die Kurve läuft, jubelt und dann weiter. War halt dann auch mehr Statement als die Geschichte von Davy Secker an der Stelle. Ja. Aber Hertha, damit jetzt ja noch weiter in den Abgrund gedrückt und so wie ich das vorhin gelesen habe, findet ja jetzt dann auch bei der Hertha der öffentlich ausgetragene Schlagabtausch zwischen Investor und Vorstand quasi statt. Also die zerlegen sich gerade komplett selbst. Das ist echt bitter. Also tut mir auch tatsächlich schon fast leid für die Leute dort. Denn ich glaube, wir wissen alle, wie es ist, wenn ein Verein wirklich mal eine scheiß Zeit hat und sich dann nach und nach die Leute noch zerlegen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, ich glaube wirklich, wirklich, dass ein Bobic mittlerweile schon darüber nachdenkt, ob er so die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja, aber viel Zeit zum Reagieren hat er halt nicht mehr. Ich meine, er ist derjenige, der Korkut als Trainer dahin gesetzt hat. Er ist auch derjenige, der in der Winter, in der Sommervorbereitung die Spieler, die in der letzten Saison sehr viele Tore für die Hertha gemacht hat, quasi verliehen hat, mit K.O.V-Optionen verkauft hat, weil er gesagt hat, die passen charakterisch nicht in die Mannschaft. Sich jetzt irgendwie vor zwei Wochen hingestellt hat und gesagt hat, hier irgendwie diese Attitüden mit irgendwie Selbstherrlichkeit und so weiter, diese Charakterzüge passen nicht. Da hat er Spiele angezählt, die er im Sommer geholt hat. Also ich glaube, er muss sich da jetzt auch der Kritik irgendwie stellen, wenn er den Job ernst nimmt. Ja, aber wir kennen ja Friedi Bobic und seine Kritikfähigkeit. Ja, das ist so ein bisschen die Problematik da. Ja, das ist wirklich ein Problem. Ich glaube auch, deswegen ist Korkut noch Trainer. Also ich glaube, Bobic will und das wäre ja ein offenes Eingeständnis, dass er da mit seiner, ja, er hat quasi seinen Kumpel eingestellt, dass das halt einfach nicht die beste Entscheidung war. Und wenn er ihn jetzt rauskickt, hat er sich das ja quasi öffentlich eingestanden und ich glaube, dazu ist er noch nicht bereit. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht das Beste für den Klub. Also das ist halt immer schwierig, wenn da noch so ein Ego mitspielt. Und ich habe bei Friedi Bobic das Gefühl, das hat man ja auch schon bei der Eintracht gemerkt, dass da ein sehr großes Ego mitspielt. Ja, es ist halt immer ärgerlich für die Fans, wenn das dann halt so ablaufen muss am Ende des Tages. Und zwei Punkte in der Rückrunde ist halt auch echt krass. Also das ist schon, die sind natürlich echt krass, auch mit dem Rücken mittlerweile an der Wand. Also das ist, man versteht, man kann irgendwo nachvollziehen, auch wenn keine Sympathien oder sonst irgendwas für den Verein da sind, dass, ja, die da bestimmt nicht gut ist, der Fan ganz schön leidensfähig sein muss. jetzt 23 Punkte und Platz 16 mit zwei Punkten aus der Rückrunde ist natürlich schon mal ein Statement, was einen schon panisch werden lassen kann. Also bin gespannt, was sich da noch entwickelt. Also ich habe das jetzt heute gar nicht so verfolgt, was ihr da gesagt habt, aber wenn da noch die Querelen sich noch weiter ausbreiten über den Fußballplatz und Trainer und was weiß ich hinaus, dann ist eh, dann glaube ich, könnte das eng werden für die Hertha dieses Jahr. Ja, es wird jetzt gerade eben eher so ein bisschen Richtung Schmieren kommen mit Jöte, glaube ich, entwickelt es sich. Aber klar, in der Tabelle hast du schon recht, sieht es für die auch nicht gerade so wunderbar aus. Stuttgart hat natürlich jetzt nach dem vergangenen Wochenende, wo sie in der letzten Minute dann noch unseren Zahne zweiten Lieblingsverein in der Saison, Gladbach, die Butter vom Brot genommen haben. Die kommen natürlich jetzt mit einer ganz anderen Motivation da auch angerauscht und Hertha hat es dann halt einfach schwer. Aber nun gut. Wir sind ein Eintracht-Podcast und wollen uns hier vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Eintracht fokussieren. Zwei von drei Spielen in dieser Woche sind gelaufen. Zwei von dreimal waren wir erfolgreich. Am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag 17.30 Uhr glücklicherweise, geht es dann weiter zu Hause gegen den VfL Bochum. Es gibt an diesem Wochenende ja kein Freitagsspiel, weil man ja, als man die Spieltage angesetzt hat, davon ausgegangen ist, dass noch mehr deutsche Mannschaften in der Europa League beteiligt sind und hat deswegen auch kein Freitagsspiel angesetzt. Dafür sind, glaube ich, vier Sonntagsspiele, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jo. Genau. Und die Eintracht spielt Sonntagabend 17.30 Uhr gegen Bochum. Und das wird durchaus spannend, weil wir zu Hause nicht besonders gut sind aktuell. Dafür Bochum auswärts gratis tofral schlecht und ist tabellarisch halt auch relativ spannend. Bochum ist ein Platz hinter uns, zwei Punkte weniger. Also es wird halt auch zumindestens, wenn wir mal sagen, wir wollen vielleicht noch so ein bisschen diese Ambitionen nach oben wahren und uns nach unten hin weiterhin Luft verschaffen, ist es für uns extrem wichtig, da mit der maximalen Punkteausbeute rauszugehen. Wie ist denn so eure Erwartungshaltung und Einstellung, wenn ihr da auf dieses Spiel am Sonntag guckt? Ja, gute Frage. Also meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, dass wir diese Schlappe von der Hinrunde irgendwie mal ins Gegenteil umkehren können. Denn das war wirklich schon echt ein Spiel, wo ich gedacht habe, Leute, so kann es doch echt nicht weitergehen. Das war wirklich bitter. Und wir haben uns auf einfachste Art und Weise von den Bochumern, die das gut gemacht haben, aber ganz schön verarschen lassen. Und jetzt ist es tatsächlich schon so, dass ich denke, dass nach den zwei Siegen zuletzt der Pendel ein wenig ins andere umschlagen kann und dass wir, wenn wir genauso weitermachen wie bei den letzten Spielen, da mindestens ein bis drei Punkte rausholen und jetzt ein bisschen einfach ins Rollen kommen. Ich habe die Hoffnung und ich glaube auch, dass die Mannschaft sich jetzt ein Stück weit mehr gefunden hat. Die lachen jetzt wieder, die haben eine bessere Zeit. Die wissen, dass jetzt langsam das Ding wieder in die richtige Richtung funktionieren kann. Und deswegen, wir kommen ja auf die Ausstellung gleich zu sprechen, aber ich bin grundsätzlich erst mal relativ optimistisch und kann mir schon vorstellen, dass auch wenn ich den höchsten Respekt vor Bochum habe, die eine echt gute Serie spielen bislang, also die sich da in der Liga wirklich gut schlagen. Das hätte man ja vorher nicht sagen können. Die sind der Tabellen-Nachbar. Die haben 32, wir haben 34 Punkte. Aber da ist es jetzt auch ehrlich gesagt an uns, diesen Abstand jetzt mal größer werden zu lassen. Das heißt, drei Punkte für die Eintracht, aber mit, viele aufpassen, aber eine Offensivkraft, wie wir sie die letzten Wochen gesehen haben. Tennis, Patricia? Sehe ich ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein schweres Spiel wird für die Eintracht, wenn man bedenkt, dass man ja jetzt auch die englische Woche in den Knochen hat. Aber andererseits hat man auch diese Erfolgserlebnisse im Rücken. Und ich glaube, das kann wirklich helfen. Bochum ist ja so dieser Aufsteiger. Es gibt fast immer diesen Aufsteiger, der sich überraschend gut verkauft. Und das ist, finde ich, in dieser Serie Bochum. Ja, stimmt. Die sind schon wirklich stabil. Die haben auch gar nicht so viele Gegentore kassiert, glaube ich. Also die stehen relativ kompakt hinten drin auch. Muss man dann erst mal sich durchwurscheln? Ich traue es der Eintracht zu, dass sie da Möglichkeiten findet, dass sie sich auch ihre Chancen erspielt. Dann bin ich mal gespannt, ob sie es auch schafft, sie zu verwandeln. Weil das war ja zuletzt immer so ein bisschen das Problem. In den letzten beiden Spielen hat man sich da so ein bisschen rausgekämpft. Und ja, ich hoffe einfach, das kann man jetzt mitnehmen. Und zeitgleich muss da aber halt auch selbst dann kompakt stehen. Weil man bedenkt, Bochum hat ja recht schnelle Spieler. Und wird auch auf Kontersituationen lauern. Das machen ja einige Mannschaften in der Liga. Und da ist Bochum keine Ausnahme. Also es ist verständlicherweise, wenn man auch die Mittel hat mit schnellen Spielern, bin ich mal gespannt, ob die Eintracht sich da auch gut dagegen aufstellen kann. Aber ich möchte mir da auch gar nicht zu große Sorgen machen. Weil wie Marvin schon gesagt hat, das war jetzt nicht schlecht zuletzt. Also die Abwehr stand gut. Man erspielt sich Chancen. Man trifft wieder. Also von daher würde ich auch positiv gestimmt ins Spiel gehen. Einfach weil man jetzt so darauf hoffen muss, dass das wieder zu so einem Lauf wird. Dass die zwei Spiele jetzt geholfen haben und die Eintracht sich da selbst so ein bisschen aus ihrem Loch zieht und weiter angreift. Weil dann kann es gut werden. Und ich glaube auch, dass sie Bochum schlagen kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schwierig werden wird und dass es ein enges Spiel sogar werden kann. Ja, das ist auf jeden Fall viel Richtiges. Meiner Meinung nach das einzige Problem. Ich denke, wir können, wenn wir mit der Mannschaft, wie wir jetzt gestern gespielt haben, wieder auflaufen würden mit Vollgas und 120 Prozent, dann dürfte man Bochum auf jeden Fall locker schlagen können. Jetzt haben wir aber ein großes Problem. Und zwar das Zauberwort Belastungssteuerung, finde ich, macht hier ein großes Fragezeichen dahinter. Denn klar, musst du in der Bundesliga gucken, dass du punktest. Du willst im Endeffekt ja eventuell, René, du hast es vorhin schon angesprochen, noch mal nach oben hinschauen. Dann musst du unbedingt punkten. Jetzt habe ich vorhin gerade mitbekommen, dass ja Mainz auch das andere Spiel jetzt noch ausfällt. Also die haben ja dann noch zwei Spiele sozusagen. Das heißt, da darfst du den Anschluss nicht verpassen. Das heißt, Bochum ist ein Gegner, der vom Niveau her auf jeden Fall geschlagen werden muss. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn wir jetzt hier sagen, okay, wir wollen jetzt alles reinwerfen. Spieler gibt 110 Prozent, kotzt euch komplett hier aus gegen Bochum und holt da mit allen Mitteln raus, was geht bei euch. Dann glaube ich, haben wir ein bisschen ein Problem am nächsten Donnerstag. Und wir alle wollen, dass wir gegen Betis was reißen und auch mit einer im Idealfall optimalen Truppe da auflaufen kann. Also ich glaube, den einen oder anderen Wechsel werden wir vornehmen müssen. Und ich weiß nicht, ob das System schon so stabil ist, dass wir es hinbekommen, dass wir dann Bochum trotzdem im Endeffekt auch so dominieren, ist der falsche Ausdruck, aber dass wir im Endeffekt diese krasse, gute Leistung, die wir jetzt in den letzten zwei Spielen gesehen haben, auch so wieder am Wochenende sehen. Das ist momentan für mich noch ein Fragezeichen. Finde ich echt einen wichtigen Punkt, den du ansprichst. Ich habe da auch keine hundertprozentige Lösung, weil das ist natürlich, also du sagst es ja komplett richtig. Worauf wollen wir uns konzentrieren? Andererseits denke ich aber auch, dass die Leistung der letzten Woche, ja bis auf diese jetzt Woche, ja nicht hundertprozentig war. Natürlich immer so gegen Bayern war das ein bisschen besser, das ging schon in die richtige Richtung, aber wir brauchen jetzt auch nicht so tun, als hätten sie jetzt die ganzen letzten Wochen ein absolutes Feuerwerk abgerissen. Vielleicht sind da also noch ein paar Prozent, dass sie jetzt halt sowohl gegen Bochum als auch gegen Betis irgendwie Gas geben können. Ich glaube tendenziell passiert, aber man ist mehr möglich nicht im Pokal. Ich glaube nicht, dass in der Liga noch großartig was nach vorne geht. Da geht es ein bisschen eher darum, noch mal nach unten zu sichern und vielleicht zu Platz 8 zu erreichen. Ich glaube, alles über Platz 7 wird nicht möglich sein. Mit ein bisschen Glück hätten wir die Chance und könnten uns noch überlegen, ob wir über Platz 7 reinrutschen, gerade wenn der DFB-Pokal dann vielleicht von Freiburg oder Leipzig ausgekämpft wird. Dann kann ich mir vorstellen, dass Platz 7 mir dann noch mal für die Conference League reicht. Das halte ich noch für realistisch. Nach Platz 6 oder so geht es meiner Einschätzung nach eher nicht. Aber wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, das würde ich nicht ausschließen. Aber so ein bisschen mehr das Gefühl habe ich gerade eher Richtung Euroleague. Ja, aber sagen wir mal so. Dennis, du hattest das Thema Belastungssteuerung angesprochen. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, wir haben jetzt Mittwoch gespielt, wir spielen jetzt wieder Sonntag. Dann spielst du wieder Donnerstag. Also da sind ja schon auch ein paar Tage dazwischen. Das müsste eigentlich doch schon machbar sein. Und ich fände es halt jetzt schwierig, da jetzt irgendwie den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Du hast es auch gesagt, Mainz, hat jetzt zwei Spiele, die sie nachholen müssen. Die sind punktgleich. Die würdest du auf jeden Fall, wenn du die drei Punkte mitnimmst, am Wochenende einkassieren. Köln spielt gegen Leverkusen. Das haben die Kölner, auch wenn sie einen positiven Trend in den letzten Spielen hatten, auch noch nicht gewonnen. Union spielt gegen Stuttgart. Stuttgart auch gerade im Auftrieb. Die haben halt auch einfach den Druck, da unten rauszukommen. Das wird auch nicht einfach für Union. Also da kannst du halt schon einfach ein paar gute Sprünge in der Tabelle machen. Von daher würde ich da jetzt nicht unbedingt den Druck rausnehmen müssen oder rausnehmen wollen. Und am nächsten Bundesligaspieltag kommt Leipzig. Da kannst du auch beileibe nicht mit Punkten rechnen. Und kommt da nicht sogar schon wieder die nächste hier Länderspielpause in der Woche danach oder ist die erst in der Woche drauf? Das weiß ich jetzt gar nicht. Länderspielpause kann ich dir nicht sagen. Kommt immer zum falschen Zeitpunkt auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Ja, richtig. Ja, die kommt nach Leipzig, weil das nächste Spiel ist dann am 2.4. gegen Fürth zu Hause. Also du hast dann auch zwei Wochen. Ja, dann ist wieder irgendwie hier der ein oder andere unterwegs. Aber es muss ja jetzt schon auch drin sein, diese drei Spieltage noch irgendwie mit ein bisschen mit ein bisschen Schub da durchreißen zu können. Ich finde schon, vor allem, wenn man bedenkt, es war ja jetzt eine Zeit lang auch ruhig. Also man hatte überhaupt keine englischen Wochen gefühlt. Plus, wie du schon gesagt hast, die Abstände jetzt auch dadurch, dass es jetzt schon am Mittwoch war, das Spiel und man dann erst wieder am Sonntag spielt und dann wiederum am Donnerstag. Ich finde, das ist machbar mit dem Blick auch darauf, dass Leipzig danach kommt und man da vielleicht sowieso immer mal irgendwas anderes macht. Also irgendwie gegen Leipzig habe ich das Gefühl, wird sowieso immer irgendein Überraschungs-Coup aus dem Hut gezogen. Also von daher, vielleicht wird da dann rotiert. Keine Ahnung. Aber ich ehrlich gesagt würde ich auch gern mit der Mannschaft, soweit es geht, natürlich. Klar, der Trainer muss da mit den Spielern sprechen, wie die sich fühlen. Kann mir aber vorstellen und hoffe auch, dass die das schaffen. Also körperlich vor allem auch die Belastung, weil ja, letztendlich ist es jetzt halt mal eine englische Woche, aber man darf jetzt nicht vergessen, das hat ja auch die letzten Jahre immer mal geklappt. Also da haben auch manche Spieler Spiele hintereinander weggerotzt und trotzdem noch gute Leistungen gebracht. Ich glaube schon, dass das klappen kann und würde da auch ungern was ändern, jetzt wo sie sich gerade so gefunden haben. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dass sich da irgendwie auch Mechanismen bilden und ich würde es halt gern weiter so versuchen und die Bundesliga ist ja auch nicht komplett unwichtig. Also ich sehe es wie Marvin, ich bin auch nicht überschwänglich optimistisch, dass es da jetzt irgendwie noch Richtung Europa League geht, aber die Chance ist ja trotzdem da, eine ganz kleine. Also verloren ist es noch nicht und man weiß ja auch nicht, was bei der Konkurrenz dann noch passiert. Das ist halt unberechenbar. Kann ja sein, dass die irgendwie auch einen Negativlauf haben. Man sieht ja jetzt bei Mainz, wenn dann irgendwie die halbe Mannschaft mit Corona ausfällt, auch nicht so geil und da kann die Eintracht dann vielleicht doch noch glänzen. Also das würde ich dann auch ungern abschenken. Von daher muss man da jetzt irgendwie zwischen beiden Wettbewerben pendeln und beide aber irgendwie auch noch ernst nehmen und von daher würde ich mir wünschen, dass das irgendwie nochmal klappt mit der Aufstellung jetzt die nächsten Spiele. Und ich habe mal so, du hast ja auch diese fünf Wechsel, die du machen kannst. Also du kannst ja auch so ein bisschen Belastungssteuerung machen, indem du sagst, okay, dann wechseln wir halt einfach früher und reizen halt auch die fünf Wechsel komplett aus, dass du halt sagst so, okay, lass erste Halbzeit Gas geben, möglichst irgendwie eins, zwei Buden irgendwie machen und dann wechselst du halt zur Hälfte oder in der 60. Minute in Heuge ein, in Rustic ein, ein Schändler auf rechts, vielleicht auch ein Lammers oder irgendwas, sodass du einfach dann auch ein paar Spieler dann auch rausnimmst und sagst so, okay, sie können halt nochmal so ein bisschen in dem Rhythmus drin bleiben, sie können sich noch ein bisschen Selbstvertrauen holen, nimmst ihnen aber halt trotzdem vielleicht irgendwie 30 Minuten Spielzeit von der Uhr, damit sie halt nicht komplett platt dann für den Donnerstag sind. Also so eine Nummer kann es ja auch fahren. Wäre natürlich optimal, wenn man es schafft, früh in Führung zu gehen und dann darüber dann irgendwie schonen zu können. Ich fand auch ehrlich gesagt den Wechsel ganz cool von Glasner gegen Sevilla als Lenz reinkam und Kostic dann nur noch seine offensive Rolle gespielt hat. Das entlastet ja auch, also dann rennt er halt nicht mehr die Linie hoch und runter, sondern bleibt eher so ein bisschen vorne. Das kann ja auch nochmal so ein Ding sein, dass du sagst, eine Halbzeit macht er das, was er am besten kann, hier hoch, runter rennen und in der nächsten entlastest du ihn zumindest so noch ein bisschen, dass die Möglichkeiten gibt es ja. Ich glaube, einfach so weiterspielen lassen. Am Ende, ich habe jetzt, am Ende, lasst die Jungs gerade noch genau mit der Aufstellung jetzt von Donnerstag spielen, wenn es geht, wenn sie sehen, okay, wir haben ein bisschen, wir haben jetzt ein paar Schwierigkeiten gerade, da muss vielleicht jemand ein neues rein, wir haben jetzt auch jemand mit Rode, der wieder auf der Bank langsam Platz nehmen kann, korrekt, das ist doch gut, also dass wir da jemanden haben, das ist doch eine Möglichkeit, wir könnten auch mal schauen, wie es mit Heuge ist, kann man den vielleicht nochmal reinsetzen, gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht früher zu wechseln, das ist eine Option, also die müssen, die will man ja auch ranführen, auch vielleicht einen Sam Lammers mal wieder früher bringen für Bore, dass man also früh wechselt, was ihr sagt, aber grundsätzlich würde ich schon mit der gleichen Aufstellung wieder Gas geben, ich kann mir aber beispielsweise vorstellen, dass ein Sam Lammers auf jeden Fall eine gegen Bochum auch eine andere interessante Rolle spielen könnte, da kommt es ein bisschen maßgeblich drauf an, wie die Bochumer denn zu Werke gehen, das müssen wir abwarten, aber ganz wichtig wird sein, die Stärke aus dem Mittelfeld, was wir jetzt gegen Betis gesehen haben, aber auch schon gegen die Hertha wieder präsent zu halten, die starken Interceptions von Sow, das Stärke angehen von einem Jagdkitsch, der vielleicht ein bisschen unauffälliger geworden ist in der letzten Zeit, aber trotzdem mit seiner Körperlichkeit seine Gegner unter Druck setzt, wenn wir das wieder hinbekommen, ein frühes Anrennen, ein frühes Unterdruck setzen, dass die Spieler der Bochumer nicht genau wissen, wo sie jetzt den Ball verteilen sollen und dementsprechend in ungünstige Lagen den Ball verteilen, sodass wir interzepten können und dann dementsprechend daraus unsererseits eine Chance entweckt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wir müssen halt diesen Druck weit beibehalten und dann sieht es gut aus. Du brauchst halt auch gegen Bochum die kreativen Spieler, weil wie Patrizia vorhin gesagt hat, Bochum ist auf Konter ausgelegt, du musst also auch das Spiel machen, du spielst zu Hause, da brauchst du halt auch gerade jemanden wie ein Sow, der dann halt auch, wie du gesagt hast, das vorhersehen kann und dann auch ein Gefühl dafür hat, wo er jetzt den langen Ball mal hinspielt, weil ich glaube, so wahnsinnig viel Raum wird es da jetzt nicht geben, außer halt in den schnellen Umschaltsituationen, wenn halt an sich Bochum in der Kontersituation ist und du quasi es dann umdrehen kannst, aber es wird halt schon ein taffes Spiel werden im Vergleich zu den anderen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das heißt, wir gehen mit der gleichen Aufstellung, da haben wir uns jetzt alle mehr oder weniger drauf geeinigt, habe ich das so richtig verstanden? Jawohl, passt. Okay, dann brauchen wir auch gar nicht hier großartig zu versuchen, Spieler hin und her zu schieben, dann haben wir das ja quasi schon und dann wäre jetzt die große spannende Frage nach den Ergebnistipps für dieses Spiel und der Herr Marvin steht jetzt zuerst in der Liste. Gut, komm, also wir wollen jetzt die Welle der Positivität in der Woche weitertragen, deswegen würde ich sagen 3-1 für die Eintracht. Patricia, was hast du so im Kopf? Ich sage 2-1 für die Eintracht. Dennis? Kein Gegentor, 3-0. Okay, ich war auch bei kein Gegentor, war aber ein bisschen weniger euphorisch, was die eigenen Tore angeht und hätte jetzt gesagt, ein 2-0, aber es wäre auch extrem wichtig, mal ein Spiel zu haben, wo du mal kein Tor kassierst. Das würde auch nochmal so ein bisschen an der Schraube des Selbstvertrauens drehen, falls es diese Schraube gibt. Wäre aber auf jeden Fall wichtig, da die Punkte mitzunehmen und dann wäre das eine in Summe mehr als erfolgreiche englische Woche, würde ich sagen. Ja, barbarisch. Wäre richtig geil und der Trend, ihr habt ja recht und deshalb finde ich es auch gut, dass wir jetzt gesagt haben, die Ausstellung, die sollen so weitermachen, weil sich gerade alle gefunden haben, es wirkt alles in die richtige Richtung, es läuft in die richtige Richtung, wir haben, ich habe Spaß, mir das anzugucken, es hat mir Spaß gemacht gegen die Hertha, es hat mir Spaß gemacht gegen Betis, ich hoffe, ich habe auch Spaß gegen Bochum und das ist doch das, was wir wollen und am Ende erfolgreich, genial, besser geht es doch gar nicht. so schnell kann es gehen, ich finde es krass, wie es jetzt innerhalb von einer Woche sind wir alle ziemlich positiv und sagen, ach ja, das macht Spaß und das ist richtig cool und das geht schon mal in die richtige Richtung und vor Hertha haben wir noch alle gesagt, naja, hoffentlich geht das nicht in die Hose, es wäre jetzt so wichtig gegen Hertha und da waren wir alle noch so ein bisschen am Zweifeln, aber freut mich, also sehr, sehr gerne, so schnell kann es aber gehen, fand es nur irgendwie gerade, ich habe gerade irgendwie so Flashbacks gehabt auf die letzten Aufnahmen und dachte mir so, krass, wie schnell sich das ändert. Aber ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil ich meine, natürlich ist es voll wunderlich, wie schnell das dann alles gehen kann und dann ist es aber auch so, dass manchmal der Trainer was sieht, von dem wir sagen, ja, ist es denn wirklich so oder ist es nur geschwätzt, weil er hat ja gemeint, dass die Talsohle gegen Bayern schon durchschritten ist und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, okay, klar, wir haben uns jetzt nicht irgendwie schlecht verkauft, es war ein ordentliches Spiel gegen die Bayern, aber es war jetzt auch, wir haben es trotzdem verloren. Aber vielleicht hat er da auch mehr gesehen und was sich jetzt konsolidiert hat, wichtig ist ja, dass wir es in der Offensivbewegung sehen und da ist natürlich, das kann man nicht wegreden, ein Schlüssel auf jeden Fall die jetzt existente rechte Seite mit Knauf und ich finde, das kannst du ja nicht wegdiskutieren und es ist auch so, dass du eine Konsolidierung auf der defensiven Mittelfeldposition hast, dass die Stürmer, dass auch die Innenverteidigung jetzt ein bisschen klarer ist. Wir reden über Hinti, der war die Wochen zuvor im Schatten seiner selbst. Mittlerweile kommt er in diese Konstanz rein. Ey, vielleicht sind es nur diese Mikromomente, vielleicht ist es nur, dass er jetzt mittlerweile sein Restaurant, was er da aufmacht, dass das jetzt irgendwie klar ist und richtige Bahnen geht. Vielleicht ist es nur, dass er jetzt die Vizekapitänsbinde abgegeben hat. Vielleicht sind das die kleinen Momente, die ihm den Kopf freimachen und ihn jetzt solider spielen lassen. Er hat sich ja gegen gute Spieler auch schon Selbstvertrauen geholt. Das sind all diese Punkte, die jetzt ineinander greifen und dann ist es so, dass wir in der einen Woche so eher ängstlich sind und in der anderen Woche doch relativ euphorisch. Aber halt auch, weil wir es jetzt schon bestätigt bekommen haben, gegen den euphorischen und guten, gegen den starken Gegner wie Betis. Und insofern, warum nicht? Dann lassen wir es doch weiterlaufen, weil man darf auch nicht vernachlässigen. Die Bochumer, natürlich, wenn die jetzt nochmal gegen uns gewinnen, könnte nach oben nochmal was gehen. Das glaube ich aber nicht dran. Dementsprechend, vielleicht haben die ein bisschen weniger Druck. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich, ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Am Wochenende sind gespannt, wie die Aufstellung ist und zumindestens von unseren Ergebnistipps her ist doch alles wunderbar und dann können wir vielleicht auch den ein oder anderen Platz in der Tabelle noch mitnehmen. Damit sind wir zumindestens, was das Fußball-Tagesgeschäft angeht, durch. Aber wir haben, glaube ich, hier noch was auf der Empfehlungsliste und dafür brauchen wir den Jingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, dann lass doch mal gucken, was wir da in der Empfehlungskiste haben. Der liebe Marvin hatte gesagt, er hat da, äh, was, was er euch wärmstens empfehlen wollen würde. Genau, nur was ganz Kurzes und zwar, wir wissen ja leider und ich hoffe, dass, wenn wir auf diese Folge zurückblicken, dass das dann schon lange vergessen ist, wenn wir in zwei, drei Monaten vielleicht mal auf diese Folge zurückblicken, aber es ist natürlich schon Realität und es ist trotzdem geil, dass Fußball uns da vielleicht noch manchmal aus dieser Realität befreit. Aber es gibt aktuell einen Krieg in, ähm, in der Ukraine, ausgelöst durch Russland. Ich glaube, das ist unzweideutig, es ist eine klare Angelegenheit, aber es geht natürlich momentan darum, dass viel gemacht wird, dass viele Geflüchtete hierher kommen, dass auch Geld gebraucht wird und, äh, dass auch Spendenaktionen gerade am Laufen sind. Und eine coole Sache, die ich jetzt auch schon mal supportet habe, wollte ich euch ein bisschen ans Herz legen und zwar heißt es Athletes Stand Up und das ist ein relativ einfacher Weg, wie man, äh, ein paar Euro spenden kann, ähm, und also wie gesagt, es gibt ja so viele unterschiedliche Optionen, ne, es gibt, wir haben eine Welle der Hilfsbereitschaft auch schon gesehen, die wir so ein bisschen bei hessenschau.de betreut haben, wo wir gesehen haben, wie viele Leute uns gefragt haben, wo können sie Geld spenden, wo können sie Sachspenden. Äh, es gibt sehr viele Leute, die Sachen aufnehmen, aber es ist bei einigen so, die vielleicht keine Sachen haben und dann eher sagen, komm, oder Sachen, die sie spenden können, sondern ich spende ein bisschen Geld. Und da gibt es zwei Möglichkeiten bei Athletes Stand Up, da gibt es die Möglichkeiten mit Help Age, also wo eher älteren Leuten geholfen wird, ähm, also das ist für ältere Geflüchtete und Menschen vor Ort in der Ukraine oder STELP ist die andere Alternative und die, da hilfst du konkret auch mit Geld spenden und, ähm, das geht LKBs zugute, die dann mit Hilfsgütern für die Ukraine unterwegs sind. Das sind zwei getestete, approvede und auf jeden Fall hundertprozentig, ähm, gute Organisationen, wo auch an eure Spenden da reingehen und für diejenigen, die dann halt was spenden, gibt es dann, wenn sie das, äh, Form dann da ausfüllen, äh, als Dank so Laces, die, also so Schuh, ähm, wie sagt man? Schnürsenkel. Schnürsenkel, genau, Schnürsenkel, die ihr dann geschickt bekommt, dass ihr was gemacht habt, dass ihr geholfen habt. Da gibt's, ab 15 Euro fängt's glaube ich an und ich glaube aktuell ist es so, wenn man was entbehren kann und gleichzeitig sagt irgendwie Sachspenden, das macht keinen Sinn, dann gönnt euch das, macht da gerne mal mit, ich glaube, das hilft und ich freue mich auch schon auf meine Schnürsenkel. Finde ich eine sehr schöne Variante, zum einen eben nicht nur zu unterstützen, sondern dann auch noch mal, äh, beim Sport ein Zeichen zu setzen. Finde ich eine sehr schöne Kombi, passt hier auch sehr gut rein, von daher verlinken wir euch das, ähm, in den Shownotes. Geil. Ja, muss ich ja noch gerade aufschreiben, sonst habe ich das gleich wieder, äh, vergessen. So, deswegen war ich kurz ruhig. Ja, sehr schön. Ähm, und wenn ihr da draußen vielleicht noch andere Dinge habt, äh, die in diese Richtung gehen, die wir hier, äh, empfehlen sollen, weil es gibt ja, wie Marvin gesagt hat, unterschiedliche Varianten, wie man da tatsächlich gerade Unterstützung anbieten kann und ich glaube auch, dass Geldspenden momentan in vielen Fällen mit das Effektivste ist, weil zumindestens, was ich so gesehen habe, sehr viele von den Menschen, die, ähm, flüchten oder ausreisen können, durchaus in der Lage sind, ein bisschen hab und gut mitzunehmen, weil ich glaube, es ist tendenziell eher Geld oder Unterkunft oder, äh, andere Dinge, äh, die dort, ähm, äh, angenommen werden, von daher, ähm, ist das glaube ich auch eine gute Variante, wie man da unterstützen kann. Also wie gesagt, wenn ihr da draußen noch Ideen habt, wo man da vielleicht aktuell helfen kann oder wo aktuell geholfen wird, dann teilt es uns gerne mit und dann können wir es auch hier in der Runde einfach gerne noch, ähm, teilen, sodass dann der eine oder andere noch auf Dinge aufmerksam gemacht wird. Ohne Mess, das ist hier die Möglichkeit, uns das zu sagen, da rufe ich auch nochmal drauf auf, ne, dafür auf. Also Athlete-Stand-Up ist eine richtig geile Option, checkt das mal, es gibt dann noch weitere, dann sagt uns Bescheid, weil das ist genau der Raum, wo wir darauf aufmerksam machen können, denn es gibt so viele unterschiedliche Hilfsmöglichkeiten. Ich habe gesehen, bis in die Regionen geht es rein, wo Leute mit dem Hilfskonvoi runtergefahren sind und Geflüchtete dann beispielsweise an der Grenze aufgelesen haben und wieder mitgenommen haben und, äh, dann gibt es ja dann hier auch, wird es hier dann ja auch verteilt. Es gibt sehr viele Hilfsmöglichkeiten, ich danke euch für diese unfassbare Hilfsbereitschaft, was echt nicht selbstverständlich ist, gerade in der Corona-Zeit. Das ist schon massiv, was unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen da machen und wenn wir da einen kleinen Teil dazu beitragen können, indem wir Aufrufe sharen, dann macht das sehr gerne und sagt uns Bescheid. Genau. Hervorragend. Und ich glaube, das ist ein viel besseres Schlusswort, werden wir in dieser Woche nicht mehr hinkriegen. Und daher würde ich sagen, belassen wir es jetzt dabei. Ihr findet den Link zur Athlete Stand-Up in den Show Notes. Ihr findet da auch nochmal die Aufstellung und die Ergebnistipps für das kommende Spiel gegen den VfL Bochum. Wir wünschen euch, soweit euch das möglich ist, eine angenehme und erholsame Restwoche und ein halbwegs entspanntes Fußballwochenende neben all den Dingen, die leider am Rande immer noch passieren. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche zu wahrscheinlich gegebener oder gewohnter Zeit wieder und sprechen dann einmal über das Spiel gegen den VfL und schauen auf das Rückspiel in der Euroleague gegen Real Betis. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und macht's gut. Hey! 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 Es kann auch mal von Hey! 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 Es kann auch mal von Hey! 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 Es kann auch mal von Hey! 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 Es kann auch mal von Untertitelung des ZDF, 2020